Übrigens ja genau, wenn ihr in einem Hause seid und da sind so Stützbalken und ihr braucht ein bisschen Holz und ihr hackt die weg, ist das ja ganz nett. Aber das ganze ist ja auch statisch. Das heißt, wenn ihr alle Stützbalken weghaut, dann könnte es sein, dass die Bude über euch zusammenbricht. Ist nicht so ganz so praktisch. So, ich würde jetzt gerne Wasser kochen. Wie kann ich denn Wasser kochen? Da. Ja, also ich habe gesehen, Wasser könnt ihr jetzt schon kochen. Habt ihr eine Dose? Hat jemand eine leere Dose zufällig gefunden? Ja, wenn ihr Chili esst, habt ihr eine leere Dose. Dann braucht ihr nur noch Schnee. Ja klar, hab ich ja hier, en masse quasi. Habt ihr nicht, das ist gut. Also ich koche jetzt zweimal Wasser und ich kann tatsächlich Fleisch braten. Man braucht keinen. Wunderbar. Deswegen Messingstücke. Gib her, die Messingstücke. Baut mal ein Lagerfeuer. Einer von euch kann noch ein Lagerfeuer bauen. Das habe ich. Dann schmeiß es mal auf den Boden. Hast du schon? Ja, ich habe schon einen. Und dann könnt ihr mal gucken. Ich würde sagen, jeder baut sich eins. Wenn er nämlich mal anklickt mit E, seht ihr oben rechts kommt Brennstoff rein, da muss Holz rein logischerweise. Brennstoff oder Kohle, wenn ihr habt. Aber Kohle würde ich nicht verbrennen. Ich würde immer Holz rein tun. Ich kann das nicht benutzen. Ja, weil einer mit der Nase drin hängt. Deswegen, hab ich gesagt, baut am besten jeder ein. Ja, ist so, ne? Ich glaube, da haben wir gar nicht genug Platz für hier gerade. Ja. Da müsst ihr noch ein bisschen buddeln. Schön warm. Genau, er wird warm. Das Feuer verbrennt Millers Bad. Ja. Gibt noch gar nicht. Und wenn er, auf jeden Fall, wenn er da, das Ding im Inventar habt, seht ihr, der Miller ist jetzt drin, siehst du links in dem Menü, als du alles herstellen kannst. Ja. Also zum Beispiel Wasser, gekonserviertes Wasser, gekochtes Ei. Gibt es gekochtes Ei tatsächlich? Ja. Was brauche ich denn dafür für gekochtes Ei? Kein Ei habe ich. Ohne Flasche Wasser. Eier, wir brauchen Eier. Ach, geht nicht. Ach, Flasche Wasser. Ach, ne Wasser brauche ich Schneeball und Schneeball habe ich keinen mehr. Doch, habe ich. Wasserbräu selber. Leicht. Glaskuch? Hab ich doch. Was soll das? Wieso geht das nicht? Es ist wieder Tag. Hey, weiter. Hey. Alles abbauen jetzt? Was heißt alles abbauen? Abbauen. Wir haben ja hier was Feines gebaut. Ja, lass doch die Sachen liegen. Zumindest die Schlafzäcke liegen lassen. Erstmal. Müssen die liegen auf dem Boden? Damit man respawnt. Ja, die müssen liegen. Ja, ansonsten geht das nicht. Achso. Ganz böse. Gehen jetzt weiter. Du kannst den Neuen basteln. Und der Alte wird dann überschrieben, wenn man einen Neuen platziert? Jawohl. Ahja, okay. Ja, wir müssen hier langsam runter. Wie immer runterkommen hier. Ja, ja, ich versuch schon. Geht. Wenn du langsam gehst, geht das. Und einen neuen Holzknüppel. Ja, das geht, das geht. Ich bin immer noch vergiftet. Also wenn einer von euch Honig findet, ne, dann... Ich bin auch vergiftet. Shitty. Unten... Ja, wir brauchen das Bein, habe ich natürlich. Ja, geil. Oh, ich bin auch infiziert, sehe ich gerade. Äh, hab ich zum Südwesten weiter, ne? Wie lange habe ich denn noch? Da steht immer noch, dauert zwei Stunden, drei Minuten, äh, 30 Minuten, aber... Wie sieht denn das? Wenn du B drückst. B. Hm? Wolang lauft der denn? Ja, zwei Stunden dreißig bei mir. Ja, Südwesten. Oh, abbrechen, abbrechen, Idiots. Abbrechen. Genug Verbände. Laufen, laufen. So. Ja, jetzt machen wir heute mal Meter, ne, oder? Würde ich sagen. Ja, Meter, Meter. Ich auch Meter. Ich hab hier Schnee. Ich hab hier Schnee. Schnee? Mit Schnee und Dose kann man immer wieder zu trinken herstellen. Deswegen eine Dose nie wegschmeißen, nie kaputt machen, ne leere Dose. Okay. Kann man denn nicht ne Dose auch neu herstellen? Ne. Kannst Glas herstellen später. Aus Sand und Dingens kannst du brennen. In der Straße. In der Straße. Deswegen ne Dose ist, deswegen ist die Dose auch am Anfang so wichtig, die Chili-Dose. Aua. Das ist so. So, ich hab jetzt. Ah, 30. Ich nehm jetzt 50. 50 Schneebälle mit. Das ist schon mal reichlich. Kannst du ne Schneeballschlacht machen? Ich bin auf der Straße. Steinachs ne neue. Oh, schon wieder. Mann. Da brauchst du immer wieder. Ja, leider haben sie ein bisschen abgeändert. Ich weiß noch nicht genau, wie hat funktioniert, dass man das Zeug hier ein bisschen besser macht. Müll. Müll. Zack, zack. Jawoll. Schön den Müll durchkramen. Ah, kurz das Eisenrohr. Müll. Schmerztabletten. Ehrlich. Mal Kofferraum hier durchgucken schnell. Was sagt der hier? Bonbon-Dose. Hab ich auch. Die könnte zerlegen, die Bonbon-Dose im Invental. Aber es könnte Eisen machen. Ah ja. Eisen ist wichtig. Braucht ihr echt nicht unterschätzen. Und wenn ihr Eisenrohre findet, die nicht kaputt sind. Machen. Nee. Nee, nee. Den Zombie hier. Und genau. Wenn ihr ein Zombie weggeknüppelt habt, dann zerlegt den mal. Dann hack mal auf den rum. Dann kriegst du ein Knochen raus. Ja? Und aus dem Knochen kannst du ein Knochenmesser bei. Das bedeutet, wenn ihr ein Tier geschlachtet habt, dann kann man mit dem Knochenmesser besser Fleisch rausschneiden. Oh, ich habe einen Bauplan bekommen. Lederkapuze. Sehr gut. Ich auch. Lesen? Sehr gut. Ja, einlesen. Einlesen. Dann kannst du den. Den haben wir wohl gleichzeitig gekriegt. Sehr gut. Folgt den anderen. Oh, guck mal, wie weit die schon wieder weg sind. Hilfe. Wir müssen ja Meter machen. Wir kümmern uns um die Feinde und die machen Meter. Super. Ich durchspitere das Auto. Oh, Pfeilspitzen aus Eisen habe ich gefunden im Müll. Sehr gut. Zombies. Oh, ich friere. Oh, ich friere. Ja, du kannst eher frieren. Ruki zuki. Und du kannst auch im Hitzeschlag sterben. Ja, super. Ist das Schnee? Ja, töten wir ab und zu mal die Zombies oder lassen wir es alle stehen. Ich ignoriere die jetzt. Ich auch. Links ist glaube ich Schnee, oder? Ja. Wollen wir da mal kurz hin oder was? Das ist auch eine Hütte. Ja. Und die Hütte ist gut. Da könnt ihr reinrennen. Aus der Hütte kommt Qualm. Oh, passt auf. Da ist so wieder ein Typ mit dem Stahlhelm. Ja, den lassen wir einfach mal stehen. Oh, oben ist ein Hund auch. Da links unten. Oh ja, linken. Ja, ne. Hund ist nicht gut. Hund ist gar nicht gut. Oh ja, oh ja. Ne, ne, da. Wir kommen wieder. Ah. Oh, der Hund, der Hund. Morf, 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 Morf. Immer auf den Armen, Morf. Auf die kleinen Dicken. Blute, ich hab kein Verband da. Verblutest du gerade? Ja, ich verblute gerade. Ja, dann leg dein Dings hin. Der liegt doch in der Hütte. Was kann man? Ne. Hier wird's dunstig. Der Morf ist grad hingefallen und seinen Fuß kommt aus dem Boden. Was? Ich stehe keine Rokale, du hast grad gestorben. Hä? Ne, ich stehe hier. Ja, deswegen. Wundern mich gerade. Ich stand gerade im Chat. Vielleicht weiß das Spiel schon mehr als ich. Der Typ brennt. Der Typ brennt mal. So ein bisschen Final Destination mäßig. So, Kofferraum. Auf dem Bett. Zack. Machen wir mal eben einen neuen Schlafsack. Das hat nix. Das ist jetzt schon doch wieder ein ganzes Stück, wenn man wieder da hinten spawnt. Ja. Ist auch zu empfehlen. Braucht man hier Dirt Fragment oder so? Also Erde? Nein, Dirt kannst du weghauen. Okay. Überall. Oh, hier verbranntes Gebiet ist das hier. Ja, ganz toll. Ist glaube ich mega heiß, ne? Habt ihr den Hut drauf? Ja, ich hab den Hut auf. Ah, da riecht ein kackes Laufen. Boah, was zu trinken, das ist viel wichtiger. Ja, ich auch. Ich hab nur noch 5%. Boah, was ist das denn eine riesen Stadt da vor uns? Was ist das denn? Boah, echt? Ja, das ist eine riesen Stadt. Da kann ich euch nicht empfehlen, da rein zu laufen. Lauft drumherum. Okay. Weil da sind, ne, Stadt gleich ganz viele Zombies. Da müssen wir erst noch warten. Sollen wir hier rechts rum gehen oder links rum? Ich weiß jetzt gerade nicht genau den Marker gar nicht auf der Karte. Jetzt seht ihr mir auch nicht mehr den Marker. Wenn ihr, habt ihr Glas dabei? Schon noch ein Stück. Wir sind ganz gut. Eigentlich müssen wir genau Richtung Stadt. Es ist eigentlich, gefühlt ist es in oder hinter der Stadt, was der, äh... Marker sagt. Hinter der Stadt, dann müsst ihr drumherum. Seht ihr den Marker schon? Ich seh den noch gar nicht. Ich seh den überhaupt nicht. Ja komm, wir haben schon wieder... Achso, was heißt es schon wieder? Wir haben den Erstach. Auf, Meter machen. Meter machen. Wenn ihr an Mais vorbeiladet, Maiskolben könnt ihr auch mitnehmen. So. Oh ja. Kein Schnee hier. Kein Mais hier. Keine Wurst hier. Oh nein. Schon wieder so ein komischer Geier. Sollen wir dann hier rechts... Ja, jetzt auch vorgeschlagen. Hier rechts an der Straße lang. Was hab ich denn da gerade aufgenommen? Ein bestickter Knüppel hab ich aufgenommen. Was? Oh geil, da hab ich so Eisennägel drin. Oh, der ist genial. Öl hab ich. Aha. Ach, ich sterb schon wieder. Das ist doch scheiße. Was machst du denn? Oh, der ist gestorben. Musst du dem Köter sagen, nein, nein. Außer. Oh, ein leerer Glaskrug. Sehr gut. Ja, wenn ihr an Wasser vorbeikommt, dann könnt ihr den leeren Glaskrug im Wasser füllen. Ja, 4% noch. Und dann bin ich aber auch verdurstet, glaub ich, ne? Hm, ich auch. Ja, dann benutzt... Achso, ne. Habt ihr denn Schneegebiet drinnen, ne? Ne. Ganz im Gegenteil. Dann müsst ihr Wasser füllen. Wasser. Habt ihr irgendwo Wasser? Ne, hier ist verbrannt alles. Wenn ihr verdurstet, ist schlecht. Dann kippst du ziemlich schnell um. Dann platziere ich mal den Schlafsack. Oh ja, ich lauf sehr gut. Ich lauf hier auf ne Straße. Rum. Rum. Oh, da ist ein Huhn. Oh, lauter Autos hier. Wenn ihr den Huhn seht, ne? Der Huhn abschießt sehr gut. Der Huhn hat nämlich auch dabei Fehler. Seewasser. Seewasser. Vor uns das Wasser. Wasser? Da könnt ihr mit Rechtsklick den Krug voll machen. Aber Achtung. Das ist giftiges Wasser, ne? Erst am Feuer dann. Trübes Wasser. Dann Lagerfeuer machen. Holz rein. Alles klar. Zwei Prozent noch. Ist das so bei null Prozent direkt verdurstet, oder? Kann ich hier nicht sagen, weiß ich nicht mehr. Ne, hatte ich gerade auch gehabt. Ich hatte null Prozent, war aber noch nix. Muss man ins Wasser reinlatschen? In Wasser leicht rein und dann rechts klicken, glaube ich. Dann macht das Glas voll. Du bist nass. Du bist nass. Hat er gemacht? Ne. Ah ja, jetzt. So. Ich tue hier mein Lagerfeuer hin. Sehr gut. Dann müsste ich jetzt... Was jetzt? Hä? Mach doch nicht. Lagerfeuer? Hast du Holz? Ah ja, da. Da muss oben rechts Holz rein und links in der Liste... Einschalten. Einschalten. Geh mal raus, ich kann auch noch was reinlegen. Brennt das Ding. Hab ich jetzt das verseuchte Wasser gesoffen? Oh, tatsächlich. Der Idiot hat das verseuchte Wasser gesoffen. Jetzt hab ich Durchfall gleich. Genau. Das ist schlecht. Deswegen wollte ich ja... Ja, das war... Hat er einfach getrunken, die Sau. Links in der Liste. Du brennst. Links in der Liste. Da steht irgendwo Wasser. Da steht konserviertes Wasser. Sieht aus wie so ne Dose mit Wasser drin. Echt? Brennt immer noch? Ja, jetzt nicht mehr. Es hilft dann ins Wasser zu gehen, ne? Ja, durchaus. Nur mal so. Wollte ich anmerken. Ich seh euch gar nicht. Doch, da kommt ihr doch. Ihr seid ja schon... Ihr seid nicht mehr weit entfernt. Ah, wie kann ich das denn jetzt machen hier? So, jetzt hab ich Flitzekacke. Du hast nicht die erforderlichen Werkzeuge, steht bei mir. Für was? Wasser zu machen. Da steht trübes Wasser. Irgendwo. Ah, verdammt. Ich kann jetzt ganz aufstellen. Ich bin hier mitten in der Pampa. Da ist schon wieder ein Geier. Lager. Ich steh mal schnell Lagerfeuer auf. Hat ja keinen Zweck hier. Lager? Lagerfeuer. Ja, ich kann das aber nicht sagen mit dem trüben Wasser. Lagerfeuer. Ich steh mal eins her. Komm schnell. Oh, hier mal ein bisschen den Baum kaputt. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Flasche Wasser. Ja. Kann mal einer aus dem ersten Lagerfeuer raus eben? Holz einschalten und konserviertes Wasser. Dazu brauchst du, äh, kann ich herstellen aus Schneeballen und der Dose. Und trübes Wasser könnte ich herstellen. Aber normales Wasser kann ich nicht herstellen. Seh ich auch nicht. Warum nicht? So, ja eben. Trübes Wasser kann ich auch. Kochtopf braucht man. Ah, neben dem roten X. Und könnt ihr kein konserviertes Wasser herstellen? Da muss irgendwo eine Dose sein. Doch, konserviertes Wasser. Konserve, da fehlt mir eine Dose. Ich esse die Dose Chili jetzt. Die Dose Chili essen? Ne, die macht noch Durst. Aber dann kannst du die Dose Chili mit Wasser füllen. Und dann kannst du dann abkochen. Woher Essen hab ich denn? Warte mal. Müsste gehen. So, ich nehme das jetzt mit und lauf weiter. Ich muss weiter. Ich will schon mal da in die Richtung. Es ist nicht mehr weit. Essen. So ist die Dose nennen? Oder ihr kommt zu mir. Ihr kommt zu mir, ihr kommt zu mir, glaube ich. Ah, jetzt kochen. Ja, sehr gut. Acht Sekunden. Konserviertes Wasser, ne? Ne, Konserve mit trübem Wasser. Ne, die will ich ja nicht kochen. Konserviertes Wasser. Konserve mit trübem Wasser. Ah. Kann bedenkenlos getrunken werden anscheinend. Hä? Sehr gut. Wo ist das Ding denn jetzt? Ach, da unten. Das hat 27% Flüssigkeit gegeben. Ja. Dann machst du gleich nochmal. Warum macht denn das bei mir nicht? Ja, du musst Konserve mit Wasser auswählen. Hast du, ne? Ja, ja. So ist eigentlich Saufen. Soll ich dir ne Konserve mit Wasser geben? Dann gibst du mir deine Wasserdose? Dann mach ich noch eine. Ja, ja. Mach ich noch eine. Ein bisschen Müllpresse. Guck mal, die liegt hier. Äh, zack. Ja. Ich schmeiß meine raus. Und die bin irgendwie am verbrennen anscheinend. Oh, wo sind die? Hä? Ja, du darfst nicht auf den Feuern stehen bleiben da. Wo ist die Dose denn? Hast du die Dose? Ne, ich hab keine aufgesammelt. Die weggerollt. Soll ich ins Wasser aber? Hier ist er nicht? Konserve mit Wasser. Warte mal. Ne, ich hab's noch. Ne. Doch, ich hab's noch. Ach, gut. Komm, dann machen wir das mal hier oben. Warte, ich kann so mit dir doch reinschmeißen dein Feuer. So, ich schmeiß die mal rein. Oh, du brennst, du brennst. Ja, ja, ja. Ich merk's, ich merk's. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da müssen wir doch in den Feuer latschen. So der Lerneffekt muss da sein. Haha. Genau. Sonst zieht dann nix. Wir trampeln alle mal in den Feuer rum. So. Trinken. Wie sieht's denn aus? Wasser 38%. Okay. Lecker, lecker, lecker. 80%, 81%. Guck mir. Gönn ich mir nur ein Schlücks. Guck mir. Was ist passiert? Toll. Da hat er Wasser getrunken. Ja. Ich hab mich gerade auch erschrocken. Weil der macht ja diese Trinken-Animationen. Mhm. Wenn man das Wasser einsammelt oder einfüllt in die Dose. Ich hab gerade auch gedacht, der hätte sich einen Schluck genehmigt. Ohren. So, was hab ich denn jetzt? Ich hab jetzt... Sind da auch 100%. 28%? Das kann ja gar nicht sein. Ich hab doch schon drei Dosen getrunken. Hast du das Flitzekacke-Symbol? Nee, eigentlich nicht. Ja. Ja. Echt? Ja. Ja, der muss vier Dosen oder so trinken. Oh, hier sitzt wieder einer. Warte mal. Ich mach mir in die Birne. Ich bin jetzt voll. Aha. Es hat sich herausgestellt, schlafenden Zombies einfach in den Kopf schießen. So, kochen. Uh, sehr schön. Zack. Hä? Warum kann er das denn jetzt nicht mehr? Ach so. Weil ich die Dose leer hab. Na? Kochen. So, 100% Wasser. Und ich? Jo. Und nö? Das geht's auch mit dem Kochen. Ich darf das nicht da in den Dingens reinziehen. Lagerfeuer. Nein, nein. Lass dich in den Lagerfeuer reinziehen. So, nimm mal eine Dose noch mit, ne? Ich hab nen Kochtopf gefunden, Jungs. Ich hab nen Kochtopf. Oh, sehr gut. Ausschalten. Holst du mal mit. Und Wassergläser? Pass auf. Ich leg hier mal in die Hütte meinen Schlafsack rein. Ich hab nämlich ne Hütte. So, dann schalte ich das mal wieder aus. So. So. Wie kann ich das jetzt wieder aufnehmen? Gar nicht? Das Lagerfeuer? Ne, das Lagerfeuer kannst du nicht mehr aufnehmen. Okay. Äh, Schlafsack basteln. Fertigen, ja. Basern. Okay, dann fangen wir jetzt an hier. Wo ist der Morph? Der Morph? Keine Ahnung. Hör den Morph nicht. Ich bin, äh, an dem Wasserding da. Achso, jo. Der ist in der Nähe. Der steht hier direkt bei uns irgendwo rum. Ja, auf dem Ding da. Oh, was da denn? Kann wir trinken? Ajo. Da sind ich. Brauchen wir grad einen neuen Schlafsack. Und dann wollte ich weitergehen zu dem Haus da oben. Ajo. Ja, dann schließen wir uns an, ne? Ja. Okay, dann, ähm. Beile hab ich noch 51. Soll ich das Zeug alle mitschleppen? Oder soll ich die Hälfte hier lassen? Dann müssen wir uns mal langsam wieder treffen, ne? Ja, wär günstig.